So, immer noch Freitag. Auf zur zweiten neuen Episode. So, immer noch Freitag. Ja, Brönsen, Brönsen war das, das war immer so groß, dass man dahinter immer so tote Familien fanden, die vor sechs Wochen, die das war, wie kann man einen Rollmops, und wie hängt das, das wird das schon, ja, also klar, das ist Schwede, Brönsen, das ist etwas zu essen, ne, das gibst du jetzt zu, das ist was zu essen, das ist so ein dicker Berliner, oder, Eine Idee, die uns weit wegführt 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ein Fjord, ein Fjord. 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 Soll ich die Dame? Du gibst uns einfach beide. Soll ich die Dame? Soll ich die Dame? Ja klar, nehmt die Dame. Also langsam. Während sich die Dame dem Herrn nähert, nimmt dieser eine Flappe rein. Dieser, der Herr, ein Flachgebücher. Die Dame mit dem Kopf voraus über den Rücken. Soda Crash. Die Dame mit dem Kopf voraus. 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 Um ein anderes Tier anzulösen und anzuknallen, wie der Jäger an sich ist gerne. Und es ist ein Gerät, was es eingerollt. Nein. Aber bleiben wir mal beim Brunft. Ja, das Tier würde vielleicht... Ja, das kann es nicht. Vielleicht ist es ja was für... Warum denn nicht? Ja, weil es zum Beispiel... Weil es zum Beispiel ein Problem mit den Stimmbändern hat. Also wenn dieses Tier zum Beispiel rattig ist oder läufig ist, aber... Ach so, es ist also etwas, was bei dir... Soda Crush Juicy Es ist etwas, was ein Tier hat, damit es Brunft... In der Brunftzeit bestimmte Geräusche machen kann, hat ein bestimmtes Tier ein Brunft... Ja, das ist ein Tier... Ja, so sieht es aus. Ja, es ist ein Tier. Das ist nicht der Hirsch. Ja, es ist ein Herr... Ja, es ist der Golf. Ja, es ist der Golf. Ja, es ist der Golf. Ja, ich möchte kurz... Möfe? Wollt? Jetzt können wir alle Tiere auch. Ja eben. Es gibt ja noch die Brüllaffen. Affen. Brüllaffen. Ja. Wer brünftet denn sofort? Also soweit sind das schon und soweit ist es auch richtig. Aber das Tier müsste ich schon... Lass sie, aber die brauchen jetzt nur noch den Namen eines Tieres. Hunden kann sie auch. Hunde läuft die Zusammenhänge, aber so... Huuuuh! 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 Die Böse sind nicht mehr als die Böse, sondern auch die Böse sind nicht mehr als die Böse. So delicious. 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 Ja, das würde ich ja gerne wissen. Ja, das würde ich ja gerne sagen. 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 Ja. 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 Ich glaube, im Jahre 1995, spätestens, da war ich älter. Und das Wölf, da ist deine Autografie gewesen. Aber du homosexuell warst. Aber auch, weil du homosexuell warst. Das war mir zu dem Teil schon egal. Ich wusste es doch schon, mit elfus, hier ist doch alle. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich habe mich da nie immer wieder aufgetragen. Und wie hübsch diese Frau da ist. Und wie sie so reinkommt, wo sie so hinkommt, so kippt. Ich wollte, glaube ich, ein bisschen mit dir aus Sunset-Volver. Und du hast das großartige Gefühl, du hast ja viel gut. Eine Sache, die ist so auf dem Punkt für heute. Juicy. Soda-Crush. Tasty. 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 Ich habe einen eigenen Schlechtlichen Erdbeer. Ich lade sie und dachte mir, ich habe sie immer gesagt, das war super. Ihr habt dann auch was gemacht mit Cobra gemacht und man hat auch eine Kobra gemacht, das ist ein Traumbuch. Und ich habe die Letztrasche und ich habe so kleine Karikaturen und es ist so... Ich weiß nicht, was ihr auf der Auflage habt, wie guckt sich da? Ja, Tasty Tasty Juicy Als die Mauer fiel und ich dann endlich Post aus Ostdeutschland aus Ostdeutschland kam, schrieben tatsächlich viele ... 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 Vielen Dank. Dann haben sie ihm eine Festschrift gemacht zum 70. Der Gaukler und haben mit den Eierschraucheln zu tun, denn ich bin mir dessen sehr, sehr, sehr bewusst. Also damals die Fernsehlandschaft, wen hat man denn, ich weiß es nicht, Max Schautzer, auch den Jürgen von der Lippe, den Harald Schmidt, das waren alles Ego-Shooter. Die hätten niemals einen Sidekick gebraucht, die so, oder gewollt, die so stark ist. Und das spürt sehr an Herrn Balder. Diese Offenheit, diese Lockerheit, diese Gelassenheit und dieses Selbstvertrauen. Du musst als Mann ja auch Selbstvertrauen haben, um starke Frauen vertragen zu können. Und ich fand das trotzdem gut. Ich fand das super, er war so angenehm, er war natürlich auch völlig anders. Als ich alles mit dem Oda gesehen habe, mir war das Ganze relativ egal, was da passiert. Ich bin mal gefreut, dass er gesungen wurde. Ich habe das immer dann gefreut. Weil das war für mich... Das waren auch sehr, sehr schöne Momente. Das war ein Gesammelstück von deiner Welt. Du bist ja unglaublich textsicher und du bist gut und sehr gerne haben. Ja, vielen Dank. Hast du auch schon die CDs selber? Ja, genau. Und an Liedern. Ja. Super. Dankeschön. Ja, finde ich toll. Und da gab es noch mal so ein kleines Revival, ihr habt tolle Spiele machen dürfen. Und, äh... Oh my God. Ihr sagt ja, ich habe auch schon mit dem... Juicy. Juicy. Ja, ich will mit Rosi. Mit Rosi Schuss, ja. Mein Coming Out von Diana Rossi deutsche Version und so. Ich bin wahnsinnig gerne. Aber ich bin überhaupt nicht textsicher. Ich bin ja mit der E-Parade in Deutschland, also Westdeutschland. Großwort, ich weiß nicht mit welchen. Sherifley. Aber das war Rex Gilde, Jürgen, Markus, Peter Henning, Mary Rose, Vicky... Nein, das war gleich mit Jaws und Drift of Time. Und ich dachte... Und ich glaube, bei Lukas gibt es eine wunderbare Folge, wo ich ein Engel bin. Ja, äh... Äh, Petra hat Petrus gerade... Was war... Und man hat auch unglaublich Spaß gemacht. Ich glaube, das ist auch schon mehr... Juicy. Und er war immer, immer schon da. Und er war, egal, so auffällig, mindestens genauso auffällig wie du. Er hat noch lauter geschrieben, wenn er in den Raum reinkam. Ich glaube, ich denke, muss er ja auch. Und wenn er dann da war, war aber auch der Wahreiner. Ich habe mich dann hier ziehtlos gesehen. Er hat gesagt, ach Gott, hat der gut reingepasst. Und ich weiß, ihr wurde... Du hast einen Live-Tick-Affenten gekriegt, ne? Was ist denn los? Ja, wir lagen da nachts in den Becken. Bei uns war es ja drei, vier. Ja. Und ich... Wir sahen es und dann... Hey! 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 Ich erinnere mich! Nein, das war natürlich ein totales Privileg. Aber der Mensch hat mich als Mensch ganz, ganz... Hey! 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 So delicious! Tschüss! Hey! Juicy! So delicious! So delicious! So delicious! Soda crush! Divine! Divine! Und tatsächlich, um Komik zu erzeugen oder gut zu sein, musst du die ganze Klavier-Türmer und die Beherrschen? Die Beherrschen von Gefühl und von Menschen... Von Menschen... Von Menschen... So delicious. Juicy. Juicy. Und das war auch eine völlig andere Zeit. Heute? 189 sogar, ja. Ist es, meinst du, für Leute, die sich auch in der Zeit hat oder genauso schon? Ja, das ist, meinst du, für Leute, was im Moment vielleicht vorbei ist. Wir haben ihn... Juicy. Also, das haben wir noch schon sehr viel weiter. Der Tanz der Gesellschaft für... Juicy. Alles war lockerer. Aber viele Prominente scheuen sich immer noch zu sagen, aber in einer Szene auch, weil die flüchtlinge greifend denken, bestimmte Rollen bekommen sie dann nicht mehr. Und das kann ich ja auch... Ich bin ja eigentlich als Faustierin mal zu finden. Der Dickey ist einer der wenigen, die diese Spagate schon... Wie man so schön sagt. Der durfte Moliere auf die Bühne bringen Ich habe auch gehofft, dass ich alles zum guten Dank um würde. Das hat aber zufrieden. Vorne war mit dem damaligen Geschäftsführer ist sie ja wirklich degradiert worden. Und dann hatten die auch einen guten Spendern, weil natürlich viele homosexuelle, lesbische, alleinstehende Frauen haben der Krebshilfe ihr Erbe vergeben. Und danach gab es die auch einen Einbruch, weil die Leute gedacht haben, sie haben 15 Minuten. Das war so, was in der deutschen Krebshilfe sehr akzeptiert und respektiert. Wieder, wieder. So delicious. Tasty. Tasty. Juicy. Juicy. Divine. Tasty. Divine. Vom Kink. Vom Kink. Vom Kink. Vom Kink. Divine Divine Tasty Juicy Divine 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 Akku glüht und läuft dann im roten Bereich. So, dann ein kurzes Päuschen und dann geht es gleich mit dem dritten Teil weiter, wenn der Akku wieder voll ist. Bis gleich. Bis gleich.